Schön, dass ihr eingeschaltet habt, hier Oxygen187, so ich habe für euch ein neues Video. In diesem Video geht es darum, ich zeige euch eine Möglichkeit, wie ihr ein gemoddeltes Outfit bekommt, ohne ein Jailbreak zu besitzen. Kommen wir zum Video, let's go! So, als allererstes fährt ihr zu irgendeinem Bekleidungsladen in Los Santos, es ist scheißegal wo, bei jedem funktioniert es. Seid ihr beim Bekleidungsladen, geht es hier ganz normal rein, danach geht es in die Option Oberteile, geht es in die Kategorie Einsatzweste und kauft dann die graue, schwere Einsatzweste. Habt ihr die gekauft, danach geht es hier wieder raus und geht es dann in die Kategorie Lederjacke und kauft dann die schwarze Mars Lederjacke. Habt ihr die gekauft, dann geht es jetzt zuletzt nochmal auf zurück und geht es in die Kategorie Kapuzenpullover. Drückt einmal nach oben und ihr seht selber, ihr habt dann ein gemoddetes Outfit, ohne ein Jailbreak zu besitzen. So, das war's jetzt erstmal von mir, ich hoffe euch hat das Video gefallen, wenn ja, lasst ein Like da. Und wie gesagt, jeder Like, jeder Abonnent motiviert mich mehr Videos hochzuladen. Peace out's rein, mein Name ist Oxygen, ciao, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.